Wer fährt mit dem Auto? Ich fahr Auto unter anderem. Es gibt drei Autos. Ich steck fest. Kann man Leute überfahren? Ich weiß es nicht. Darf ich es ausprobieren? Wir werden auch mal die Grabbelungen überfahren. Wo kann man denn? Doty ist gestorben bei dem Toil, als er festgeschreckt hat. Es gibt drei Autos auf der oberen Fläche. Ich glaub, der wurde zerquetscht. Ich will auch so ein cooles Auto. Ich will auch so ein cooles Auto. Ich gehöre. Ich glaube, er wurde absichtlich überfahren. Nein, von dem Fahrstuhl. Der steckte da drin fest. Brumm! Wer ist das? Wer hat eigentlich alles ein Auto? Lass ihn einfach liegen. Ja, ist das ein Auto? Nö. Wer hat alles ein Auto? 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 Ja, man kann mitfahren. Warte doch mal! Oh, darf ich nicht noch mal fahren? Darf ich noch mal fahren? Warte doch mal! Ja? Mach mal! Ich könnte hinten einsteigen. Ich könnte hinten einsteigen. Doch, ich könnte hinten einsteigen. Da hinten, in diesem Dings. Kannste einsteigen. Man kann das doch nicht. Oh mein Gott, das ist so geil! Alter! Doch, man kann hinten einsteigen mit so Dinger an. Alter! Ich bin hier hinten! Guck mal! Ich weiß. Moko hat mich angeschossen. Beste Möp! Alter, witzig verarschend. Du hast mich gelesen! Ich guck grad nach hinten und steuere nach vorne. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinfahre. Ich guck grad Joschi an und fahre irgendwo hin. Ich kann ihn nicht angucken, aber mir wird grad schlecht. Steuert ihr das Auto? Warum? Ja, ja. Ich glaube, ich steig lieber mal aus. Ja, ich kann hinten einsteigen. Das war so cool. Oh mein Gott, ich will voll. Ich werde sich immer von den Dank liegen getroffen. Kann man irgendwo hoch? Moment, wer will? Hä? Kann man da an dir festhalten? Hä, was? Ach so, du bist grad ausgestiegen. Ich dachte grad, wer ist denn... Oh, wie wurde geschossen? Ich hab doch... Was ist passiert? Die sind beide in dem Auto gestorben. Wow, die seh's. Scheiße, zwei von euch sind böse. Ja, ich weiß, dass ich inno bin, müsste es Nicole und Marco sein. Ich hab die ganze Zeit noch nichts gemacht. Aber ich werd die ganze Zeit nur herumfahren, bis die Zeit aufgeblieben ist. Alte Dexy, du, das ist behindert. Hashtag ganz ehrlich. Ganz ehrlich, frühen mit Trickspisten. Das echt nicht cool. Ja, irgendwer von denen schießt mich an. Abba, 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 abba. Wo bist du denn? Ich denk sie nur ernsthaft, dann würde ich nicht mehr mit dir spielen. Hopp. Jetzt geh doch mal aus diesem sch**s Auto raus. Danke. Ich bin nicht mal in diesem sch**s Fahrschuh gestorben. Du bist... Nicht töd, nicht töd. die Welt durch eine Explosion gestorben. Ja, Jus, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ich muss sagen, aber Nicole macht das richtig gut. Was denn? Also mit Nah-Nah-Nah, also taktisch was. Also so, na. Hey, nein, 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 ich war einfach auf den Weg. Ich glaub, ich hätt' ich da nicht einfach liegen gelassen. Du, du, du bist so eine Explosion gestorben. Ja, aber tagen, du bist ein Leiberschuss. Ja, und du durch eine Explosion. Ja, aber du hast gesagt, du wär' durch die Flur zu gestorben. Das stimmt ja gar nicht, wie wollte ich sein. Ich hab' da einfach durch die Autos, hab' ich gesagt. Ja, ist mal hier nicht so. Na, er ist auf einmal aus dem Auto gefallen. Da denk' ich natürlich, dass der wegen dem scheiß Auto gestorben ist. Ja, aber er wird wirklich leid. Oh mein Gott, woher sollte ich das denn dann auch wissen? Ja, du hättest ihn zurückgekommen. Ja, halt mal über die Klappe. Benzin, geht das hoch? Ich will mitfahren. Oh, ne Shotgun. Wer will mitfahren? Oh, ich will hier eigentlich noch hoch, bevor es uns fast eben hoch geht. Ja. Let's go. Lol, also wurde ich grad gemisst. Oh shit. Oh shit. Also meiner Meinung nach ist das... Was hab' ich da am Tag? Oh, U-Kul-Ele. Oh, U-Kul-Ele ist es. Also man relativ viel fährt. Ah. Weiß ich vielleicht doch ein bisschen, ob ich eh mal geholt. Ich hab' das Gebäude. Ich hab' hier kein Vorzeug. Du bist auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm. Äh, U-Kul-Ele ist es. Äh. Gut, tapp. Ich hab' das gehört. Ich bin nicht low. Ich bin nicht low. Wiederhole, ich bin nicht low. Kann der Detektiv hier heilen? Äh, das ist nur eine Illusion, ich bin low. Nein, du gehst zu. Äh, Lauti, hast du grad Ukulele getötet? Ja, weil der, äh, Yoshi war Traitor. Wer ist Traitor? Ja, wer ist Traitor? Ja, Yoshi! Ukulele! Ukulele war Traitor. Ja. Ja, guck, der war's klar. Ähm. Dixi, du? Kannst du vielleicht mal Max heilen? Ja. Auch. Ich rechte nicht. Äh, es ist Takan, Takan ist Traitor, Takan ist Traitor, Takan ist Traitor, Takan ist Traitor, Takan, er hat... Wo denn? Wo denn? Ah. Hab ihn. Ach da. Nein. Ach ja. Wo geht die Seite hin? Nie darf ich meinen Spaß haben. Oh. Was? Ich will mich töten. Ja, dann hol eben ab. Ich finde ich jetzt eigentlich cool. Aber es ist halt Red Flows. Loll. Ich hab einfach überlebt, da runter zu fallen. Gigi. Nein, nein. Ich bin mal aufs Auto. Hallo, Kollege. Hallo, Kollege. Hallo, Kollege. Oh, der kommt wieder... Fuck, der kommt wieder runter, der Fahrstuhl. Ich will gerade auf den Knopf drücken und jetzt geht's tot. Oh, ich bin die Tektiv. Ich nicht. Ich will meine Schotkan haben, die da liegt. Ja. Und meine... Ich will nur fünf Schotkanen kriegt. Na, das lebe ich jetzt mit diesem Musen und das Punkt. Nein, ich hab' fünf Schotkanen kriegt also meine. Aber äh... Mein Diegel. Magos, du mein Diegel? Nein, die die die. Ich will. Schott ja nichts. Ich hab' verboten. Schild kaputt geschossen. Schild kaputt geschossen. Schild kaputt geschossen. Das... Man muss weiter sein. Max, ein Verbot schild ist immer zu beachten. Was war das? Schild? Was war das? Schild? 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 Oh, Max, wenn jetzt dadurch geht's? Na? Ne, nein, wir brauchen Hubel oder. Ach, dann geht's noch. Dann nicht geht's noch. Weil da war der Mann Abgrund überlegt mehr. Ich nicht mehr. Wie wahrscheinlich auch, es ist mein Platz hier. Ne, der dann geht'n. Da geht immer noch weiter. Sind wieder da. Denn wieder da. In wieder da alles etwas hin. Bin wieder da. In wieder da, in wieder da. In wieder da, in wieder da hinten. In wieder da. In wieder da. In wieder da. In wieder da. auch verfahren er ist mein Platz hier und Daxidou Max Loll er wurde überfahren Lorich? Takan hat ihn überfahren nein Nicole hat ihn erschossen Nikso! Nikso! Takan war nicht Traitor warum hast du ihn überfahren er wurde erschossen hatte doch gerade gesagt Daxidou ich hab gesagt das ist mein Place und da hinten ist auch noch ja es ist Nicole ist mein Gebiet hier? Wo? äh hinten? Rausen! 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 ich bin schon wieder fast tot Komm Schultz! Bitte! Nein! Er lebt noch! Ich darf nicht bleiben Ich kill dich weg Viertes Spiel schenke ich euch hm hm was? ey du bist ja immer noch hier wow ich darf nicht cool 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 dann ist es ja Daxidou ne? ok ok naja Daxidou ist es ok ok sehr logisch oh 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 Grappling warte ich mach ihn ich hab den Headshot gegeben warte ich mach ihn warte warte ich mach ihn ich hab ihn Leiter und ich drücke eh ja, dann gehst du an den Leiter ran, klar ist bei der Leiter immer so wenn du eh an den Leiter drängst, du sagst man schon an den Leiter Oh ja, geil! Ich kenne ihn! Da haben beide Tretos geprüft! Du hast so vor, als du gesagt hast, du killst, du killst, du killst ihn, hast du immer vorbeigeschossen Guck mal, wer erster Platz ist! Ey, das gehört sich so! Nein, das gehört sich nicht so! Verdammt, du kannst eigentlich sein, dass jemand vor mir hat! Ukulele und ich, Best Team ever! Als Traitor will ich auch erst so sein! Ich bin letzter, geil! So, steig jetzt rein! Ich hab keine Mama, aber YOLO! Ukulele, ich will mitfahren! Ich will mitfahren! Ich möchte allgemein einmal fahren in meinem Leben, aber kann ich auch nicht! Oh! Komm, soll ich jetzt Tag an, David soll jetzt Tag an töten, damit Max fahren kann? Wow! Alter, Dex, du! Was hast du Dex gemacht? Was hast du Dex gemacht? Mich angefahren! Hast du Schaden bekommen? Ja! Du, 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 du! Exido! Aber muss auch sagen, dass man, wenn man im Auto sitzt, war meist den Namen von ihm! Auf den Weg da! Ich will nur zu diesem Fahrzeug! Ich glaub, das kann man auch benutzen! Ne, kann ich! Wo bist du? Ich bin weg! Max, ich bring' dem Fahrzeug! Max, wo bist du? Wir wollen ja, ich will ja den Bock mehr! Tag, aber Max! Ein Traitor rum! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ähm! Wer ist gerade beim Ibania-Rintergefall? War's gerade ein Frag? Wie ist das? Wer ist das vor mir? Hi! Wo soll Yon Yuchhanel? Wie ist denn das da alles vor mir? Ah! Wer ist das überhaupt Opus und Lyonel? Mach du, Machst, Machst, Merz und vorne hora schlagen? Ich hole das! Ich will, Machst, Machst, Max. Ja, ich lebe noch! Tarkan, fahr mich auf! Wo bist du? Komm ich will euch kaputt treten, kommt hier im Sparta-Kick! Leute, warte, nein, nicht Tarkan! Ja, Tarkan ist immer ein Vielfalt, ja, aber... Ich bin auch schnell, ich wollte gleich... Tarkan, nicht überfahr dich! Überfahr ihn! Spiel mal der... Der wirkliche Sparta-Kick! Oh, du bist vor mir stecken! Ach... Oh, ja, ja, die ist doch nicht der Erste! Nein, ihr trinkt mich schon wieder weg, das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein!